Dieser Tempel wimmelt von Kultisten! Was wollen die hier? Kultisten, Dämmerstag, Drachen, Reiter, Zivi, Übel, Zivitz, Kultisten, Klamotor, Drachen, Knochen, Hattor, Kassi, Verhältnis, 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 Verhältnis. Es gibt Ärger? Auf in den Sattel! Eure Zeit ist vorüber. Die fünf fallen vor dem einen. Durch die Schatten wird sich sein geflügelter Zorn erneut erheben. Ein guter Forscher ist immer vorbereitet! Sooo... Ok... Zweifel... Alle Brutapparate auf Anschlag! Ein guter Forscher ist immer vorbereitet! Keiner kommt dem Stammpvater gleich! Keiner kommt dem Stammpvater gleich! Stammpvater... Blöder verlassen, oder? Blöder verlassen, oder? Die holen wir uns! Blöder verlassen, Blöder verlassen, oder? Schiff! Solange die Knochen verbleiben. So fängt man einen Drachen! Je größer sie sind! Der Tod ist nichts weiter als ein Übergang. Arme kleine Drachen, eure Zeit naht. Die letzte Plage wird kommen. Wo, Nerren? Wo ist Galakrons letzte Ruhestätte? Galakron? Darum sollte... Das muss ich der Drachenfeilige berichten! Da bin ich überhaupt... Er lebt wieder! Wir werden ihn finden. Wenn nicht ich, dann die anderen. Ein schwächlicher Schatten des einen, nichts weiter. Hexenmeister, ihr solltet nicht mit Magie spielen, die ihr nicht versteht! GALAKROND! 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 KURDRACHE GALAKROND! 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 Haltet ein, Herr Lunkin! Stellt euch dem Zorn der Drachensterbe! Wir haben ihn gefunden! Jetzt könnt ihr uns nicht mehr aufhalten! Wir können nicht zulassen, dass ihr Galakrond erweckt! Das wird nicht geschehen! Das verlief nicht ganz nach Quark! Die fünf Sterbe werden sich gegen euch verbünden! Für die Lebensbinderin! Für die Drachenküchel! Ich bin froh, dass wir euch helfen können, Forscher! Gemeinsam sind wir stark! Wir haben eine Sternensuche! Es gibt da etwas, das ihr über euren Freund Rino wissen müsst! Reden wir später darüber, Drachenkönige! Wir müssen die zweiissägen Präsidenten rubbish machen! Wir können das nicht! Und jetzt kommt's ein Deck! Dick und essayer! Was ist denn das? Ich bin froh, dass wir die Drachenkatzen erheut! Pappjinn patern. Let's go! Ich bin der Sturm eures Unterlands! 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 Die Explosive Evolution gibt es auch als Karte! Zwei Mana, verwandelt gegen eine Exonimierung und 3 Mana. Das stimmt, es war eine Karte, es war nicht so. Ich bin der Sturm eures Unterlands! Zwei Mana, und drei Piratenkarten für den Schopen. Ich bin der Sturm eures Unterlands! Rapham will Galakont wieder erwecken? Wir müssen ihn aufhalten! Ich bin der Sturm eures Unterlands! Luftschlug über den anderen! Haltet die Luftschiffe auf! Ich darf nicht gestört werden! Ich brauche Zeit, um Galakron zu erwecken! Haltet sie auf! Erfüllt den Himmel mit Zorn! Ein gnadenloser Luftschrampf entbrennt, aber Flügel wird in den Höhlen und Bananern... Ich brauche nur... ...mehr Zeit! Erhebt euch in die Lüfte! Drachenreiterin Talrita, die hatten wir halt gerade... Wie ist das gespielt? Ein Diener wie Togwuggles Wachsendrück hatte sie noch nie. Ich dachte, du passst mir in die Karte, weil dein Diener nur sich in einen anderen Diener... ...und dann... ...und dann... ...und dann jetzt das Wachsendrück... Wachsendrück gegen Talrita! Meine Aufgabe ist, die Stadt zu beschützen! Wieder natürliches Monstrum! Ich werde euch vom Himmel holen! Das war's! Ja, hallo! Ihr seid kein wahrer Drache! Ihr seid kein wahrer Drache! Danke! Ihr seid kein wahrer Drache! Ihr seid kein wahrer Drache! Ihr seid kein wahrer Drache! Kerze! Gebt mir eure Scheiße! Ein guter Forscher! Immer vorbereiten! Ihr seid kein wahrer Drache! Sheriff pianer und Togazzo! Jörggeizt mich weiter! Oh! Ich meine Hö wifi! Du betracht mich weiter! Ein einfacher Zauber verliebt! Ich bin... Ich schrauble euch, euer Grab! Anschein! Ein guter Forscher ist immer vorbereitet! Ziel! Endlich! Ein würdiger Gegner! Wo einer fällt, erheben sich andere! Hilf fort, Alter! Ich werde euch rächen! Seheben! Objektionsform Einwiches! Erd materials, die Zaubera ist alles geregelt! Entrain! Das liegt auf der Zeit! Hier kommt ihn in der Stinas. Was ist das? Endlich! Ein wildiger Gegner! Und ihr bekommt einen Zauber. Elende Älpfe. Noch einer davon. Mein Schild für Argus. Elende Älpfe. Sasch bräint. Alles klinisch getestet. Ich habe eine Schildkarte entdeckt. Ein Dynamikampfwerfling hat seine Kostums. Wasp.